Das betriebliche Gesundheitsmanagement der Infrasurf Höchst gliedert sich im Wesentlichen in drei Bereiche. Schwerpunkt ist die klassische Arbeitsmedizin im Sinne einer sekundären Prävention. Abgeleitet aus Gefährdungsbeurteilungen werden hier die notwendigen Schritte wie Beratung, Vorsorgen, Untersuchungen abgeleitet. Ziel ist hier, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren frühzeitig zu erkennen und arbeitsbedingte Erkrankungen zu verhindern. Die Plattform Arbeitswelt wird aber auch genutzt für eine weitere Säule, nämlich die der betrieblichen Gesundheitsförderung. Hier wird das Setting Arbeitsplatz genutzt, um Mitarbeitende mit Maßnahmen der primären Prävention für gesundheitsförderliches Verhalten zu begeistern und entsprechende Angebote zu bewerben. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der verlängerten Lebensarbeitszeit gewinnt die dritte Säule unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements, nämlich die der betrieblichen Eingliederung, eine zunehmende Bedeutung. Das Miteinander der drei Säulen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements, der Arbeitsmedizin, der Gesundheitsförderung und der betrieblichen Eingliederung leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Speziell für den Industriepark Höchst wird das Angebot abgerundet durch eine akut- und notfallmedizinische Betreuung rund um die Uhr. Infrasurf Höchst – Element Ihres Erfolgs Sie wollen Teil unseres Teams werden? infrasurf.com slash karriere Faesthurs Vr.com Vr.com Vr.com